Auch, dass sie diesen Unterschied hinkriegt, dass sie weiß, ob ein Mann oder eine Frau spricht. Das finde ich den Knaller. Vor allen Dingen, du hast ja, ich habe letztens zu ihr gesagt, ich sage, Alexa, ich bin erkältet. Und dann hat sie mir gesagt, wo die Apotheken in der Nähe sind, die Notdienst haben. Fand ich toll. Und vorige Tage sagte Ralf, dann war er erkältet und sagte auch, Alexa, ich bin erkältet. Und sie sagt, ich habe vier Bestattungsunternehmen in deiner Nähe gefunden.